Alter Schwede ist deutsch kompliziert. So viele Sachen sind irritierend. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich fahr dich um oder ich umfahre dich. Oder das Rauchverbotgesetz ist verabschiedet worden. Da kommt das erst. Da sagt dann tschüss zu jemand der gerade kommt. Also Kreißsaal, du gehst rein, der Raum ist eckig. Was soll das denn? Warum heißt eine TV-Zeitschrift höher zu?